Hallo allerseits und willkommen zu den Analogtagen 2021 auch von meiner Seite. Mein Name ist Björn Kort. Ich bin zuständig bei ISOTECH für unsere internationalen Partner und auch im Produktmanagement tätig und in noch ein paar anderen Feldern und heiße sehr herzlich willkommen und habe hier ein Thema vorbereitet, das vielleicht für den einen oder anderen mystisch erscheint oder auch fragwürdig, aber ich bringe Ihnen mal näher das Thema Stromkabel und warum es auch auf den letzten Meter ankommt und wünsche Ihnen viel Spaß dazu. Ich habe hier neben mir ein iPad stehen, also wenn ich manchmal hier so runtergucke, ich bediene hier die Präsentation, die Sie sehen und ich bin da nicht abgelenkt, sondern das ist halt wirklich, um dort weiter zu schalten. Da sind auch noch ein paar Zusatzinformationen drauf. Des Weiteren habe ich noch ein zweites Display hier, das mir zeigt, wenn Fragen gestellt werden über den Vimeo Chat, was ja auch möglich ist, dann versuche ich da auch am Ende darauf zu antworten, nicht zwischendrin. Viel Spaß erstmal. Vielleicht sollte man erst mal ein bisschen was wissen über ISOTECH. Das habe ich auch in der vorhergehenden Präsentation erzählt und zwar die Firma wurde gegründet in 2000 von Keith Martin, der auch immer noch Managing Director der Firma ist und die Geschicke quasi leitet. Die ersten Produkte, die wir auf den Markt gebracht haben, waren 2001, ist also mal ganz locker schon 20 Jahre her. Wir sind derzeit wirklich der führende Hersteller in dem Netzfilterbereich, im Audio-Video-Bereich zumindest und nicht, weil wir jetzt irgendwie die tollsten und schönsten, größten, besten sind, sondern weil es einfach so ist, dass wir die größte Produktpalette auch haben und damit natürlich auch eine extreme Verbreitung haben. Natürlich gibt es andere Firmen in diesen Bereichen auch, aber es ist doch eher so, dass viele dann eben, ich sag mal, Mitbewerber in einem bestimmten Preisbereich sind, aber niemals in dem ganzen Produktsortiment. Hier geht es ja mehr um Stromkabel. Hier ist natürlich die Verbreitung noch viel größer, aber insgesamt gesehen in den Netzfiltertechnologien sind wir wirklich da führend. Bei Kabeln, ich sag's mal ganz profan, kann ja jeder, fast schon jeder machen, was er will, aber ich komme da auch noch drauf zurück. Wir haben sehr innovative, proprietäre Technologien. Alles, was wir nutzen in den Filtern vor allen Dingen, ist wirklich eigens hergestellt von uns, für uns. Natürlich gibt es Schaltungen, die auch von anderen, auch in anderen Bereichen genutzt werden, also nicht unbedingt auch in Filtertechnologien, aber Schaltungskonzepte eben, aber wir haben viele Dinge selber entwickelt, viele Dinge auch mit Copyrights versehen können und sind da wirklich sehr eigen in dem, was wir tun. Wir kopieren keine anderen Geräte, sondern machen wirklich unser eigenes Ding. Wir haben ein sehr unfangreiches, ein komplettes Sortiment. Im Moment sieben Stromkabel, da komme ich, wie gesagt, nachher zu. Derzeit Büros in der Schweiz, Großbritannien, Norwegen, Deutschland, Herstellung in der Slowakei. Das zeigt vielleicht auch, dass wir anders arbeiten als andere Firmen. Es gibt kein Bürogebäude bei uns, wo wir tätig sind, sondern wir sind schon auch vor der, vor den, ich sag mal, den Dingen, die da draußen passieren, auch schon so tätig gewesen, wie wir es heute sind. Wir machen schon lange Online-Trainings, Online-Meetings, auch mit so einem netten Hintergrund, wie ich den hier auch habe. Für uns ist das relativ, ich sag mal, normal, aber es hat auch bei uns begonnen in der Zeit, in der man eben nicht mehr so einfach reisen konnte. Apropos Reisen, wir haben 50 Partner, mehr als 50 Partner derzeit weltweit und vielleicht da auch mal ein kleiner Hintergrund, gerade wenn es um Stromkabel geht. Es ist nicht so, dass es wie im Kinsch- und Lautsprecherkabelbereich ist, dass man, ich sag mal, ganz einfach, jeder von Ihnen könnte morgen ein Kinschkabel bauen und zusammen löten und dies dann verkaufen. Das ist kein Problem. Es gibt viele Do-it-yourself-Hersteller, sag ich mal, die später professionell wurden oder eben im Do-it-yourself angefangen haben oder auch viele, die das natürlich, ich sag mal, auch für Freunde, bekannte Verwandte machen. Bei den Stromkabeln ist es ein ganz klein wenig anders. Es gibt Länder, in denen die Vorgaben für Zertifizierungen relativ einfach sind. Aber wir befinden uns in einem Bereich, wo wir es eben auch Länder gibt, wo das nicht so einfach ist. Also eine Zertifizierung für ein Kabel zu bekommen, bedeutet, dass man unter Umständen einen nicht unerheblichen Betrag erst mal für diese Zertifizierung an sich, für das Papier, um das Papier zu erhalten, abgeben muss sozusagen. Also da reden wir über 10.000 und mehr Euro, welche Währung auch immer man da zugrunde nimmt. Nehmen wir mal Euro, 10.000 und mehr Euro muss man da teilweise schon investieren, um dieses, um diese Zertifizierung zu erhalten. Und es ist nicht so, dass man das Geld einfach nur gibt und man hat dann die Zertifizierung. Nein, man muss natürlich auch eben den Vorgaben entsprechen, die in den jeweiligen Ländern eben vorgegeben sind. Eine Vorgabe zum Beispiel oder ich sag mal einer Zertifizierung, die wir haben, wo wir auch, ich sag mal, ganz stolz drauf sind, ist eben Neuseeland und Australien. Hier sind wir der einzige derzeitige Hersteller, der eine Zertifizierung für Stromkabel, die nicht geschirmt sind, haben. Es gibt derzeit keinen anderen Hersteller, zumindest nicht in unserem HiFi-Segment, sage ich mal. Die ganz normalen schwarzen Kabel, die auch bei den Geräten beigefügt sind, diese sind wirklich erhältlich, aber die HiFi-Kabel, die halt wirklich auch spezieller sind, da gehe ich gleich nochmal genau drauf ein, die sind wirklich nur bei uns zertifiziert. Ansonsten gibt es da derzeit keinen Hersteller, der sich da die Mühe macht. Warum sollten wir uns überhaupt Gedanken um Kabel, auch natürlich Netzfilter machen, aber ich gehe halt vermehrt auf die Kabel ein, um Ihnen das mal mitzuteilen. Das eine sind die Gegentaktstörungen. Die Gegentaktstörungen bedeutet, dass jedes Netzteil, was es gibt, das ist egal, ob es Ihre HiFi-Anlage ist oder Ihre Mikrowelle oder irgendein elektrisches Gerät, das Sie haben, macht genau zwei Dinge. Dieses Netzteil nimmt Strom aus der Steckdose, damit das angeschlossene Gerät sozusagen funktioniert, aber es gibt in jedem Fall auch Störungen zurück. Natürlich gibt es eben Schaltnetzteile, die mehr Störungen sogar noch zurückgeben als ein herkömmliches Netzteil, sage ich mal, oder ein Linearnetzteil und die sind ja auch vermehrt im Einsatz. LED zum Beispiel verarbeiten oder arbeiten oft mit Schaltnetzteilen. Unsere Router-Switches, wenn man sowas benutzt, auch alles, was mit einem externen Netzteil arbeitet, ist in der Regel erstmal, oftmals eben ein Schaltnetzteil. Das heißt, wir haben mehr und mehr Störungen. Diese gab es eben vor 20 Jahren noch nicht. Vor 20 Jahren war es noch so, dass man eben, ich sag mal, in der Küche zwei, drei Geräte hatte oder hat man ein paar mehr. Auch die Verteilung insgesamt im Haus ist natürlich mehr geworden. Man benutzt mehr und mehr elektrische Geräte. Dadurch kommt es eben auch zu mehr und mehr Störungen. Das Zweite sind dann eben die Gleichtaktstörungen. Das heißt, alles, was vermeintlich in der Luft unterwegs ist. Und das wird natürlich auch noch mehr werden. Aber ich sag mal, auch da, wenn man mal in den, in der Zeit zurückgeht, vor 20 Jahren, um mal diese 20 Jahre nur zu nehmen, da gibt es, da gab es Radio, TV gab es natürlich. Es gab ein bisschen CB-Funk. Ich rede jetzt mal ausschließlich überwiegend über Deutschland. Aber es gab eben all das andere noch nicht, was es heute gibt. Dazu zählen natürlich als allererstes Mal die Mobiltelefone und natürlich dann danach alle anderen Geräte, die eben mit Bluetooth, WLAN, ZigBee und so weiter arbeiten. Und natürlich WLAN, ich sag mal, das können Sie noch messen, wenn Sie messen insofern, als dass Sie gucken können, wie viele WLAN-Netze sind vorhanden. Das sind ja unter Umständen schon in dichterbevölkerteren Gebieten haben Sie schon 25 Netze um sich herum teilweise. Und das ist keine hohe Zahl. Einige von Ihnen werden jetzt wahrscheinlich nicken. Andere werden sagen, aber was, so viele. Aber es ist so, wenn man in einer, ich sag mal, in einer etwas dichter besiedelten, größeren Stadt wohnt, dann hat man die relativ leicht um sich herum. Ansonsten hat man mindestens so viele Netze, wie man Häuser um sich herum hat. Die sieht man dann schon. Aber das wird auch mehr. Aber ich sag mal, die Netze, die ich natürlich gerade im Bereich des Nichtsichtbaren habe, sind ja die interessanteren. Denn wenn Sie wissen, Sie haben vier WLAN-Netze, könnten Sie natürlich gleich sagen, naja gut, da sind gar nicht so viele Störungen unterwegs, die auf meine Kabel einwirken können. Ja, aber es gibt nun mal auch die zum Beispiel mittlerweile die Funksteckdosen. Es gibt die Lichtsysteme, die per Funk arbeiten. Philips Hue ist ein System zum Beispiel, das per Zigbee arbeitet, das immer weiter Verbreitung findet. Und um auch mal da in die Zukunft zu schauen, es ist so, dass es eine Technik gibt, die von der Firma N-Ocean entwickelt wurde, die auch schon bei Philips Hue Verwendung findet. Das heißt, das sind Schalter von N-Ocean, die keinen Stromanschluss benötigen. Und die haben auch keine Batterie mehr. Das heißt, wenn Sie einen, wenn Sie einen Knopf drücken quasi, dann wird so viel Energie entwickelt, dass Sie einen Schaltimpuls auslösen können. Dieser wird von einer Zentrale dann umgesetzt und ein Licht wird an- und ausgeschaltet. Wenn man jetzt mal in die Zukunft guckt, dann ist das natürlich etwas, was super interessant ist. Dann stellen Sie sich vor, Sie bauen ein Haus und Sie brauchen nur noch Steckdosen und Licht. Lichtschalter können Sie dorthin setzen, wo Sie einen Lichtschalter hinkleben können. Denn das ist eigentlich alles, was Sie brauchen. Sie drücken auf diesen Lichtschalter, der dann eben seine Befehle an das Licht sendet und das Licht geht an oder aus oder wird eben auch gedimmt, je nachdem, was man für einen Schalter nutzt. Und das sind eben auch Systeme, die natürlich in der Zukunft wahrscheinlich, davon kann man ausgehen, mehr und mehr Einsatz finden. Nicht zuletzt deswegen, weil natürlich auch Kupferkabel, die ja überall hingezogen werden in Häusern, auch immer teurer werden. Kupfer generell ist in den letzten Jahren sehr viel teurer geworden als Material und es wird es auch in den nächsten Jahren werden. Aber das ist ein Grund, warum man eben nicht nur das WLAN sehen darf, sondern man muss die ganzen Netze, die drumherum auch sind. Und dazu gehören auch Sicherheitssysteme, die per Funk arbeiten, Kameras, Kameras, die per Funk arbeiten, wenn man die in den Sicherheitssystemen eingebunden hat und so weiter und so fort. Also ein sehr großer Bereich an Störungen, die da in der Luft mittlerweile unterwegs sind. Im Vergleich nochmal zu 20 Jahren, wo man das im Überwiegenden weniger hatte. Wir haben natürlich auch immer noch Fernsehen und natürlich auch Radio, das ja letztendlich auch noch stört. Ein weiterer Bereich, um erstmal zu wissen, was sind Störungen? Es gibt eine perfekte Sinuswelle, das ist das obere Bild. So etwas kann man messen, zum Beispiel mit einem Oszilloskop. Und wenn dann Verzerrungen auftreten, dann heißt es letztendlich, dass diese Sinuswelle nicht mehr gleichförmig nach oben und unten ist, sondern dass eben kleine Hügel, kleine Tehle, kleine Spikes eben auftauchen. Und das sind am Ende die Störungen, wie man sie dann messen könnte. Sehen können sie natürlich nicht. Also ihre Geräte werden immer noch funktionieren. Alles ist gut sozusagen. Oder man denkt vermeintlich, alles ist gut. Aber Fakt ist, dass eben diese Störungen, die da auf der 50 Hertz Sinuswelle aufliegen, dass die definitiv stören. Ein weiterer Bereich der Störungen, die auch natürlich am Ende mit dem Kabel übertragen werden, sind Gleichspannungsanteile. Gleichspannungsanteile können zum Beispiel hervorgerufen werden oder werden zum größten Teil hervorgerufen, sagen wir es mal so, von Solaranlagen, die man auf den Dächern hat. Und das muss nicht bei Ihnen sein. Das kann die Straße hinunter sein. Das kann auch 300, 400, 500 Meter weiter weg sein. Von Aufzügen, die gegebenenfalls in der Nähe sind. Das ist natürlich auch im Fall oft in größeren Städten, wo man das mehr und mehr hat. Und nicht zuletzt von den Schnellladestationen von Autos. Da werden sehr viele Gleichspannungsanteile zurückgegeben ins Netz. Und diese können sich in jeder Art und Weise auswirken. Zum Beispiel eine Sättigung des Trafos, sprich ein Brummen eines Verstärkers. Das ist eine Möglichkeit. Aber es ist mittlerweile auch so, dass Gleichstromanteile halt, ich sag mal, man kann wirklich sagen, in ungefähr 70 Prozent aller Fälle an der Steckdose ankommen. Und es ist nicht immer wirklich so, dass etwas brummen muss oder sich etwas wirklich zeigen muss. Es kann sein, dass sie Gleichstromanteile auf ihrem Stromnetz haben, diese sich auswirken, negativ auf ihrer Anlage. Wir reden ja hier über ein Analogsystem. Erstmal über einen Plattenspieler mit Verstärker und Lautsprecher. Nehmen wir einfach nur mal diese zwei elektronischen Komponenten. Und es kann sein, dass das Ganze funktioniert und läuft und hört sich auch gut an und sie sind happy. Aber letztendlich haben sie vielleicht diese Gleichstromanteile. Ich rate Ihnen mal gegebenenfalls einen Gleichstromfilter vor die Anlage zu setzen. Man braucht nur einen vor die gesamte Anlage und dann sich das Ganze nochmal anzuhören. Es kann sein, dass sie sagen, brauche ich nicht. Dann haben sie vielleicht das Problem nicht. Aber es kann auch sein, dass sie sagen, oh Mensch, auf einmal hört sich das Ganze viel, ich nenne es mal durchhörbarer an. Oft ist es so, dass man das Gefühl hat, als ob eine Decke im gesamten Frequenzbereich weggenommen wurde und man sogar ein bisschen mehr Dynamik hat. Das ist zumindest das Feedback, was man weltweit auch von Kunden, was wir weltweit von Kunden hören, die uns da Feedback geben. Und um ein bisschen mehr auf die Hintergründe einzugehen, wenn es gerade auf Stecker kommt, wir sind ja eben, ich habe vergessen, hier die Sprache zu ändern, mehr Kulpa, das ist noch die englische Version, Stromkabel. Wenn ich die Begriffe nenne, wir nennen die Stecker mit ihren vermeintlich richtigen Namen. Das heißt, der Rasierer, Stecker sozusagen, ist eigentlich ein C7. Dann der Stecker, den wir aus dem HiFi-Bereich überwiegend kennen, ist entweder ein C13 oder C15. Sie sehen das in dem Chart auf der rechten Seite. Da sehen Sie, dass C13 und C15 relativ gleich aussehen, bis auf die kleine Nase unten drunter. Das hat einen technischen Hintergrund, auf den ich jetzt nicht groß eingehe, aber beide sind eben 10 Ampere fähig. Und dann gibt es den C19, der eben dann 16 Ampere fähig ist. Und das ist schon interessant, denn auch da sollten Sie daran denken, wenn Sie jetzt eine Endstufe haben, die wirklich so einen C19-Stecker hat, dann sollten Sie natürlich auch alle Verkabelungen davor auch in einer Art und Weise haben, dass diese eben auch 16 Ampere unterstützen. Sprich, der Stromverteiler und natürlich auch die einzelnen Stromkabel, die Sie davor haben, sollten in der Lage sein, bis zum Verstärker alle in diesem 16 Ampere-Bereich zu arbeiten. Und dann kommt dazu noch der Neutrik Powercon, den wir benutzen in einigen Geräten. Den nennen wir Systemlink-Stecker. Aber da komme ich auch nachher nochmal zu, warum wir den benutzen. Und dann gibt es noch C14-IEC-Stecker, die wir in Geräten nutzen, die im Installationsbereich Verwendung finden. Wichtig natürlich bei den Stromkabeln ist, dass Sie die Gerätephasen richtig anschließen. Der einfachste Weg, den ich Ihnen auch ans Herz lege, ist, kaufen Sie sich so einen, wenn Sie nicht haben, einen Stromprüfer, einen ganz einfachen Schraubenzieher sozusagen, der hier abgebildet ist und nicht irgendein aufwendiges technisches Gerät dafür, sondern nehmen Sie so einen Stromprüfer-Schraubendreher, denn der ist nicht bestechlich und der macht auch nichts falsch und er hat auch keine Technik groß drin. Wenn die Lampe mal kaputt ist, brauchen Sie vielleicht einen zweiten. Aber ich sage mal, es wird zu verschmerzen. Nehmen Sie vielleicht zwei, wenn Sie irgendwo im Baumarkt sind und prüfen Sie, wenn Sie hier auf den Stecker gucken, das ist hier auch abgebildet, dass erst mal der Leiter, also dort, wo Strom anliegt und die Lampe in dem Schraubendreher brennt, dass die wirklich da ist, wo der Pin hier rot gemarkiert ist. Denn das ist der erste Weg, um erst mal sicherzustellen, dass alle Geräte richtig ausgefasst sind. Man kann das auch noch mal ausmessen mit einem Messgerät und kann gucken, dass die Poolung da auch richtig ist pro Gerät. Aber ich sage mal, das ist eigentlich ein Standard, der gesetzt ist, der nicht überall verfolgt wird. Aber wenn Sie es denn so erst mal anschließen, sind Sie sich schon mal sicher, dass Geräte, die auf jeden Fall mal in Europa hergestellt wurden, zu 99,9 Prozent richtig angeschlossen sind. Alles Weitere kann Ihnen mit Sicherheit auch Ihr Fachhändler noch mal unterstützend unter die Arme greifen. Ampere und Durchmesser. Kommen wir mal ein bisschen mehr auf den Hintergrund, warum ein Stromkabel eben einen Unterschied machen kann und was auch die Vorgaben, sage ich mal, eines Kabels sind. Und ich gehe mal jetzt ganz bewusst weg von HiFi, denn oftmals wird ja gesagt, ja, das braucht man nicht, weil. Es gibt aber ein paar Grundsätze. Dinge, die das in den Minuten erkläre, was Sie von dem Kabel erwarten, einsetzen. Ich sehe gerade meine Internetverbindung war ganz kurz mal nicht stabil. Ich hoffe, ich bin wieder gut zu hören. Also wie gesagt, ich nenne Ihnen mal ein paar Hintergründe, warum eben die, welche es gibt, warum eben Kabel gewisse Dinge tun sollten und warum sie so und so aufgebaut sein sollten, damit Sie das und das auch am Ende als Ergebnis liefern. Das Erste ist erst mal aus elektrischer Sicht. Wenn ich mir Kabel angucke, die irgendwo verlegt sind oder irgendwie benutzt werden, dann ist es eigentlich so, dass ich ganz klar sagen kann, das zum Beispiel aus elektrischer Sicht, wenn ich dreimal 1,5 Ampere verlegt habe, dann kann das Ding mal mindestens, die 10 Ampere sollte es auf jeden Fall können. Wenn ich dreimal 2,5 Quadrat habe, dann sollte es auch die 16 Ampere ohne Bedenken können und dann geht das so weiter rauf mit den Querschnitten. Also ich sage mal so, im HiFi-Bereich, alle unsere Geräte, viele unserer Geräte, die Verstärker auf jeden Fall, haben Minimum eine 10 Ampere. Oftmals ist es immer schwer, das zu verallgemeinern, aber viele der Geräte, nennen wir es mal so, haben eine 10 Ampere-Sicherung. So sind die Verstärker gebaut, manche eben auch 16. Aber wir sollten also mindestens mal 3 mal 1,5 Quadrat Kabel haben. Das ist auch in vielen Häusern verlegt, manchmal eben auch 3 mal 2,5 Quadrat, was auch Sinn macht. Aber 3 mal 1,5 ist erst mal das Minimum, was ich ansetzen würde, als sollte man haben. Wenn ich dann Strom von A nach B bringe, was sind die wichtigsten Kriterien? Das ist relativ einfach. Die Leiter sollten aus möglichst reinem Kupfer bestehen. Das ist der erste Fall. Das ist auch egal, wo ich gucke, ob ich mir die großen Masten angucke, wo Strom geliefert wird oder ich gucke mir professionelle Anlagen an. Das ist etwas, was schon seit Jahren Bestandteil hat. Und möglichst reiner Kupfer heißt eben, dass möglichst wenig Einschlüsse von anderen Materialien sind. Nun ist das aber auch nicht mehr wirklich so, dass das überall umgesetzt wird. Ich war mal in Schweden vor zwei Jahren und habe dort gesehen, dass eben statt Kupferkabeln auch andere Materialien mittlerweile eingesetzt wurden. Ich glaube, in dem Fall war es sogar ein deutlich anderes Material, das ich gar nicht nennen will, weil wir das auch nicht nutzen in unserem Bereich. Aber es werden andere Materialien benutzt, weil es einfach auch preistechnisch schwierig ist, eben Kupfer in zum Beispiel, in solchen dicken Strängen dann von A nach B zu verlegen. Und da werden auch mal andere Materialien mittlerweile benutzt. Aber noch mal, es geht ja darum, was ist rein physikalisch, technisch eben da der sinnvollste aller Wege. Der zweite ist, die Elektrikum sollte Luft sein. Das ist etwas, was wir natürlich im HiFi-Bereich gar nicht erzeugen können, denn wir können ja nicht auf magische Weise den Strom von A nach B bringen und diesen dann eben verteilen. Aber was man machen kann, ist eben ein virtuelles Luftdielektrikum zu schaffen. Und ein virtuelles Luftdielektrikum heißt eben, dass man ein Kabel, ich sage mal, in einem Tubus führt und drumherum zum Beispiel ein FEP-Kabel, so haben wir es bei einem unserer Stromkabel, da komme ich auch nachher noch zu, gelöst. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess der Herstellung, sage ich mal. Und natürlich ist auch der Biegelradius nicht extrem einfach, ist ja auch klar, denn ich muss ja sehen, dass man wirklich möglichst immer diesen Abstand auch zu dem Tubus einhält. Es gab mal vor Jahren, erinnere ich mich, ein Kabel in Deutschland, das ich gesehen habe, wenn ich mich nicht ganz täusche, war es auch ein Stromkabel, kann aber auch ein Lautsprecherkabel gewesen sein. Das war in einem großen luftleeren Raum, sprich in einem großen Glas untergebracht, war immens teuer. Ich glaube, das war auch mehr zum Zeigen, dass man sowas machen kann. Aber das wäre das Effektivste, aber das ist nicht umsetzbar und bei Strom schon mal überhaupt nicht, aufgrund auch der Zertifizierung und der Sicherheitsmaßnahmen. Also eine Möglichkeit geht aber eigentlich nur virtuell. Möglichst wenig Kontaktpunkte ist das Nächste, denn wenn Sie Strom von A nach B möglichst gut bringen wollen, dann heißt das am Ende, dass die Kontaktpunkte A hochwertig sein müssen, B eine möglichst wenig sind. Das heißt, jeder Verteiler, den Sie irgendwo nutzen, wird natürlich weniger werden. Sie müssen aber verteilen, wird von der Qualität einfach das Ganze verringern. Aber Sie müssen natürlich einen Verteiler nutzen, Sie kommen gar nicht drum rum. Sie können ja nicht das Kabel direkt aus der Wand nehmen, auf die Platine löten sozusagen und dasselbe mit dem Lautsprecherkabel machen, löten auf die Platine, gehen zum Lautsprecher. A hat man kaum Sicherheit dabei, denn man muss eben laut den Sicherheitsvorschriften auch die Möglichkeit haben, etwas schnell vom Strom zu trennen. Würde man es dennoch tun, nur mal hypothetisch und würde wirklich alles so verkabeln, dass es halt direkt miteinander verbunden ist, extrem gepresst und dann auch verlötet sozusagen auf einer Platine, würde man merken, wie viel Unterschied das schon tut in der Qualität, gerade in der Wiedergabequalität, Bild und Ton von Geräten. Aber wie gesagt, sicherheitstechnisch nicht sinnvoll. Ich würde es Ihnen auch nicht raten, das so zu tun, aber würde zeigen, dass das einen Unterschied macht. Das Nächste sind natürlich Stecker und Kontaktpunkte mit möglichst hoher Qualität. Auch da ist es so, dass eben, dass der Hintergrund ist, warum eine Steckdose, die Sie zum Beispiel an der Wand austauschen, durchaus einen Unterschied machen kann. Es kommt eben darauf an, was haben Sie vorher für eine Steckdose an der Wand gehabt und wie viel Kontaktfläche, wie stark war der Pressdruck, wenn Sie den Stecker reingesteckt haben. Und da macht das Stromkabel zum einen einen Unterschied, nämlich die Kontaktfläche des Kabels an sich, das Sie reinstecken. Haben Sie eine zum Beispiel vergoldete Fläche bei hochwertigeren Kabeln, drunter in der Regel dann hochwertiges Kupfer, dann ist das ein sehr guter Kontakt. Und wenn Sie dann eben eine bessere Steckdose noch nehmen und vielleicht eine größere Kontaktfläche, dann haben Sie eben auch vielleicht sogar am Ende, je nachdem, was Sie für ein System haben, einen nachvollziehbaren Unterschied. Der Wiedergabe eines Systems und natürlich die Kontaktfläche an sich, egal in welchem Bereich, egal wo man guckt, die Kontaktfläche ist ein ganz wichtiger Bestandteil, wenn es auch um Stromkabel geht. Das heißt, innerhalb der Kabel eine solide Verarbeitung. Wir benutzen dabei einigen Kabeln, da komme ich auch gleich zu Verpressungen und in anderen werden die eben auch verschraubt. Was ist der Unterschied in Kabeln, sage ich mal, generell innerhalb der Technik? Die Standard-Bikepackkabel, warum sollte ich die austauschen? Das ist relativ einfach. Das, was hier benutzt wird, ich habe ja eben schon gesagt, man sollte möglichst hochwertiges Kupfer benutzen. In diesen Kabeln wird ein sogenanntes Tough-Pitch-Copper verwendet. Das ist ein Kupfer, das mit 300 bis 500 Einheiten Luft pro, ich glaube, pro Millimeter arbeitet. Das heißt, Sie haben Lufteinschlüsse. Das Kabel kann immer noch den Strom halt übertragen, aber die Lufteinschlüsse verändern Dinge. Und das ist nicht unbedingt positiv, wenn es denn eben um Geräte geht, wie unsere Audiogeräte, die ja am Ende nicht nur funktionieren sollen, sondern eben auch noch eine Wiedergabe ermöglichen. Plattenspieler, bestes Beispiel. Sehr abhängig, weiß vielleicht jeder von Ihnen, vom System, von den kleinen Kabeln eben, die auch vom System zum Tonarm gehen. Dann das Tonarmkabel selber, da gibt es auch Austauschmöglichkeiten. Natürlich hochwertigste Art und man merkt immer den Unterschied. Und hier ist es genauso. Auch das schwarze Zuleitungskabel macht eben einen Unterschied und die Lufteinschlüsse sollten möglichst wenig sein. Die Elektrik. Das Dielektrikum ist das erste Material, das um das leitende Kabel herum liegt. Die Kabel, die schwarzen, bestehen aus reinem PVC, das ist das billigste Material, ist aber auch, wenn Sie sich elektrische Leitfähigkeiten angucken, das Schlechteste. Schlechteste, die Elektrikum, das Sie haben können, aber wird halt in den schwarzen Kabeln benutzt. Ist ja auch klar, weil es halt günstig ist. Das Kabel haben Sie nicht bezahlt, das kriegen Sie umsonst dazu. Das wird in Masse hergestellt, nicht in Qualität, sondern in Masse. Die Kontakte in der Regel ist eine Verbindung aus Messing und Zink und nicht wirklich richtig gut. Einzelleiter in der Regel zwischen 3x 0,5 und 3x 0,75. Natürlich gibt es auch 3x 1,5 Kabel. Dann haben Sie zumindest einen höheren Querschnitt, aber immer noch eine schlechte Qualität, weil alles davor bleibt bestehen. Belastbarkeit dieser Kabel, wenn Sie denn 3x 0,5 Quadrat haben oder 3x 0,75, sollten maximal 5 Ampere sein. Eigentlich, die Zulassung sagt aber, dass Sie theoretisch auch mehr darüber laufen lassen können. Ist ja auch nicht permanent. Ist auch okay. Funktioniert technisch. Sie werden aber sehen, es macht einen Unterschied, wenn Sie denn eben etwas haben wie eine Audioanlage oder Videoanlage, in der Sie eben die Qualitäten ganz leicht doch abgrenzen können und ganz einfach hören können mit Ihren Ohren, ob sich da was tut. Da tut sich was. Denn der letzte Punkt, da kommen wir wieder auf die Störungen, die dann aus der Luft sozusagen auf ein Kabel einströmen. Das ist ja hier der letzte Meter Kabel sozusagen. Parallele Leiter. Das heißt, hier befinden sich 3 parallel gesetzte Leiter. Die werden halt eingespannt. Die PVC-Masse wird rumgegossen und Sie haben eine perfekte Antenne. Die saugt quasi alles auf, was es gibt von draußen. Das Kabel ist nicht geschirmt. Es hat auch einen Magnetismus um sich herum. Kann man leicht messen mit einem Gerät, dass dies kann. Hinter der Anlage sind eine Menge andere Kabel. Ich rate Ihnen wirklich, die schwarzen Kabel wenigstens gegen ein etwas besseres Stromkabel auszutauschen. Sie werden merken, in der Regel werden Sie schon sehr nach wenigen Augenblicken hören, dass sich da was getan hat. Ist auf jeden Fall lohnenswert. Sie haben 100 Prozent für Ihr Gerät ausgegeben. Ich sage mal für Ihren Verstärker, um den als Beispiel zu nehmen. An manchen Plattenspielern sind da die Kabel fest verbaut. Deswegen nehme ich den Verstärker als Beispiel. Sie haben 100 Prozent für den ausgegeben. Der hat 100 Prozent gekostet, aber Sie kriegen vielleicht nur 80, 70, 85 Prozent, je nachdem, was es für einer ist, an Qualität raus, weil Sie immer noch wirklich ein, ich sage mal, ein Kabel verwenden, das eine Menge Störungen absorbiert und zum Verstärker weitergibt und eben nicht in den Spezifikationen arbeitet, wie es dann arbeiten sollte. Wie sieht im Vergleich dann das HiFi-Stromkabel aus? Das ist relativ einfach. Es gibt eigentlich zwei ganz große Bereiche des Kupfers, die verwendet werden. Und ich gehe nun mal auf Kupfer hier ein, auf keine anderen Materialien. Es gibt einmal 99,9999 Prozent reines Kupfer. Das heißt, da sind halt wirklich kaum noch Einschlüsse vorhanden. Da gibt es verschiedenste Namen für. Am Ende heißt es eigentlich, es ist ein OFC, Oxygen Free Copper, manchmal auch 6N genannt. Es gibt alle möglichen anderen marketingtechnischen Aussagen dazu. Fakt ist aber, in der Regel sind es entweder 99,99 Prozent oder ein OCC-Kabel. Ein OCC-Kabel heißt Onos Continuous Copper. Herr Ono ist ein Japaner gewesen. Der hat dieses Verfahren der Herstellung einfach erfunden. Das ist ein Strangguss-Kupfer. Das heißt, das ist ein gezogenes Kupfer sozusagen. Hierbei gibt es viel weniger Einschlüsse. Das ist nahezu, man kann sagen, 100 Prozent rein mit einer wirklich so minimalen Einschluss, dass man das nicht mehr werten kann. Sie wissen auch schon, wenn ich sage 99,999 ist auch schon ein Unterschied. Ja, aber ich komme gleich noch dazu, was da der Unterschied ist im Aufbau. Der zweite Punkt hier, die Elektrik. Es wird halt kein PVC, bei unseren Kabel zumindest mal, nicht verwendet. Denn PVC ist, wie ich schon vorhin gesagt habe, als erstes Material um den Leiter herum ein sehr schlechtes Dielektrikum. Von der dielektrischen Konstante das schlechteste, Polyethylen, andere Varianten. VAD ist Virtual Air Dielektrik. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ein Tubus, in dem das Kabel geführt wird. Und dann ein FEP-Kabel drumherum sind da die deutlich besseren Varianten. Kontakte, genau dasselbe. UFC-Kontakte, also sprich 99,99 Prozent rein mit Kupfer, die dann versilbert werden. Das ist in den hochwertigeren Kabeln heute Standard. Oder sie sind sogar vergoldet. Das geht natürlich auch. Die Einzelleiter, Entschuldigung, dass hier was verrutscht ist auf dem Chart, das Initium, das wir benutzen, das hier auch abgebildet ist, hat 3 mal 2 Quadrat. Also wir gehen auch höher als diese 3 mal 1,5 Quadrat. Starten dabei 3 mal 2 Quadrat, weil man dann eben doch noch mal eine bessere Stromlieferfähigkeit hat. Deswegen habe ich hier auch geschrieben, Belastbarkeit 10 Amp und mehr. Und was ein sehr wichtiger Faktor auch ist, im Gegensatz zu der Antennenwirkung des schwarzen Kabels, haben wir eben verdrillte Leiter, die auch schon dafür sorgen, dass man eben eine Reduzierung dieser Einstreumöglichkeiten von draußen hat. Das wird im Übrigen bei ganz vielen Kabeln heute gemacht. Bei Kinschkabeln, Lautsprecherkabeln und so weiter ist das auch ein, ist das Gang und Geber. Und auch in den allermeisten HiFi-Stromkabeln ist das der Fall. Bei all unseren Kabeln sowieso. Der nächste Schritt wäre natürlich, dass man dann einen Schirm sogar noch hat, der auf einer Seite aufgelegt ist, nämlich auf der Seite, von der der Strom kommt sozusagen, auf der Steckdosen-Seite zum Gerät. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Aber ich sage mal, allein diese technischen Unterschiede, die ich hier auf diesem Chart zur Verfügung stelle, sollten einem eigentlich schon mal einen Hintergrund geben, dass man einfach sagt, naja, okay, wenn ich doch eine Summe X für meinen Verstärker ausgebe, dann macht es doch auch Sinn, da, ich sage mal, rein technisch schon mal in ein Kabel vielleicht zu investieren, dass zumindest mal technologisch gesehen auch dem entspricht, der Qualität meines Verstärkers. Und das heißt, dass man in solch ein Kabel investiert, was definitiv, was in so ein IsoDeck Initium zum Beispiel, das unter 100 Euro im Verkaufspreis liegt, anderthalb Meter lang ist, inklusive den Steckern. Die sind dann vergossen. Das Ganze wird mit einer Maschine hergestellt. Denn würden Sie das per Handarbeit machen, können Sie sich vorstellen, dass man sehr schwer auf diesen Verkaufspreis auch kommen würde. und auch mit hochwertigen Steckern sehr schwierig. Denn die Arbeitszeit ist da doch der größte Faktor. Und der lässt sich bei einem Kabel unter 100 Euro Verkaufspreis gar nicht per Hand eigentlich wirklich realisieren. Zumindest nicht, wenn man so viel Wert auch auf die einzelnen Bestandteile des Kabels legt. Und gerade das Dielektrikum ist ganz wichtig, wie ich vorhin schon mehrfach sagte. Wir benutzen halt Polyethylen hier bei dem Minizium-Kabel. Und wenn man das mal vergleicht mit dem, was es so gibt, da gibt es viele andere Erstellen, die kosten mehr und benutzen noch nicht mal Polyethylen, sondern immer noch PVC. Wie sieht sowas im Querschnitt-Lenkschnitt aus? Hier hat man mal einen Überblick. Da sieht man auch, dass natürlich da, wo OCC steht, sieht man eben die OCC-Kabel, dass die Reinheit da eben eine ganz andere ist und man viel weniger unter dem Mikroskop, viel weniger Einschlüsse hat. Und das macht eben wirklich die Qualität am Ende die hörbare, ich sag mal, die empfundene Qualität des OCC-Kabels aus. Sie werden, wann immer Sie ein OCC-Kabel gegen ein UFC-Kabel, was gleich aufgebaut ist, muss man ja wirklich sagen, probieren, werden Sie merken, dass Sie bei Verstärkern oftmals merken, Sie haben da irgendwie das Gefühl, Sie haben mehr Präzision noch im Klangbild. Das Ganze macht einfach noch ein bisschen mehr Freude. Man hat, ich will nicht sagen, es klingt dynamisch, aber man hat den Eindruck erst mal, dass da mehr passiert. Es ist mehr Dreidimensionalität vielleicht sogar zu hören. Es ist schwierig, das in Worte zu fassen, wissen Sie selber, wenn Sie mal solche Dinge probiert haben. Aber, und das ist das Allerwichtigste, man muss es ausprobiert haben. Denn man, selbst wenn man das in Frage stellt, ich stelle auch viele Dinge in Frage, ich habe in meinen 30 Jahren im HiFi, viele sind in Frage gestellt, habe es ausprobiert, habe gemerkt, oh, gibt es ein paar Dinge, die kann man leicht erklären, andere Dinge, da ist es schwieriger. Hier gibt es eine Menge technische Hintergründe, die relativ leicht erklären, warum es sinnvoll ist, über eben Stromkabel nachzudenken und die Schirmung am Ende vielleicht sogar zu beachten, also auch an geschirmtes Kabel zu denken, bei all den anderen Kabeln hinter der Anlage. Das Letzte, was ich ja schon erwähnt habe, ist das virtuelle Luftdielektrikum, was dann eben in unserem höchsten Kabel ganz rechts auch eingesetzt wird. Das ist das Evo3, Entschuldigung, das Evo3 Essential Kabel. Und wenn Sie den Aufbau sehen, der Kabel, dann fällt Ihnen relativ leicht auf, dass wir in den ersten drei Kabeln, die wir da benutzen, eigentlich dieselben Bauteile sozusagen haben, auch sogar dieselben Durchmesser der einzelnen Kabel. Aber es macht eben schon einen Unterschied, wie man das Ganze zusammensetzt. Und es ist bei unseren Filtern so, dass eben es auch auf Bauteile drauf ankommt und bei einem Kabel kommt es eben auch sehr stark auf die Bauteile an. Und ich weise hier nochmal darauf hin, B, das Dielektrikum, sprich das erste Material um den Kern, um den Leiter oder um die Erde oder um den Neutralleiter. Das ist sehr wichtig. Das muss von hochwertiger Qualität sein und natürlich die Leiter an sich. Und dann kommt es eben darauf an, wie man die miteinander kombiniert. Der Unterschied im Übrigen, der nicht immer sofort ersichtlich ist, zwischen dem Premiere und dem Sequel, die ja den gleichen Querschnitt haben, ist hier, das Sequel ist geschirmt. Das ist erstmal der größte technische Unterschied, sage ich mal. Aber auch die Einzellitzen in dem Sequel-Kabel sind auch etwas dicker. Das macht auch nochmal etwas aus. Kabel, wie immer, wie es bei jedem anderen Kabel, das Sie vielleicht auch schon mal gekauft haben, auch der Fall ist, man sollte es ausprobieren, um es danach zu bewerten. Das Optimum-Kabel ist hierbei unser Kabel, das wir empfehlen, wenn es um Verstärker geht und man will wirklich hochwertig einen Verstärker anschließen, dann ist das Optimum-Kabel das Sinnvollste. Da steht oben drüber, Sie sehen vielleicht bei dem roten Kabel Optimum Synchro. Wir haben noch ein Synchro-Kabel, das gleichzeitig auch noch einen Gleichstromfilter in dem Kabel integriert hat, so einen großen silbernen Tubus, hat ein blaues Kabel dran, ist aber technologisch gesehen genau das gleiche Kabel, das hier verwendet wird, nämlich auch ein OCC-Kupferkabel. Und dann haben wir das Essential, wie gesagt, der größte Unterschied ist hier definitiv dieses virtuelle Luft-Dielektrikum, das wir haben. Das heißt, dass eben das Kabel mehr oder weniger in der Luft verläuft. Dadurch natürlich, wie gesagt, der Biegelradius des Kabels etwas geringer ist, aber es ist auch ein sehr dickes Kabel, dreimal vier Quadrat, also das macht es auch von sich aus schon steifer. Und dann hat man noch einen einzelnen Schirm um die jeweiligen drei Leiter, nicht den Komplettschirm. Also das macht auch nochmal einen Riesenunterschied, genauso wie die deutlich verbesserten Stecker gegenüber den im Eingang erwähnten Versionen. Und um nochmal einen Fakt, der auch mit den Kabeln zu tun hat, um drauf nochmal hinzuweisen, habe ich hier mal einen, ich sage mal eine typische Verbindung einer Anlage mal skizziert. Es gibt einen ganz wichtigen Punkt dabei, nämlich die sternförmige Masseverteilung. Sternförmige Masseverteilung heißt letztendlich eins, dass Sie nur einen Massepunkt haben für das gesamte System, nämlich am sinnvollsten die Steckdose, an der ja die ganze elektrische Anlage angeschlossen ist. Also selbst wenn Sie vier Steckdosen hinter Ihrer Anlage haben, ich empfehle Ihnen, nur eine davon zu nutzen und hinter dieser einen Dose die Verteilung zu machen. So haben wir das hier auch gemacht. Also man kommt von der Steckdose, geht mit einem Kabel in einen Genesis One. Das ist hier in dem Fall ausgewählt, ein Gerät, das eben Strom erzeugt. Das ist ein Regenerator, der eben am Ausgang 230 Volt erzeugt. Das geht dann zu einer Quellkomponente, die da rechts oben angedeutet ist mit diesem Bild. In dem Fall der Analogtage ist dies logischerweise der Plattenspieler. Sprich, das beste Gerät versorgt man hier auch mit dem besten Strom. Hier werden 230 Volt erstellt, die plus minus ein Prozent stabil sind. 50 Hertz komplett neu gebaut, das heißt keine Störungen. Und der Plattenspieler wird definitiv das Dankend annehmen und wird auch definitiv sich mit deutlich, ich sag mal, verbesserter Wiedergabe bedanken. Sofern er denn nicht auch schon selber ein extrem aufwendiges Netzteil hat. Wenn es ein ganz normaler Plattenspieler ist, werden Sie merken, da ist ein Riesenunterschied, wenn man so einen Regenerator davor nimmt. Und auch da sollte man wieder hochwertige Kabel benutzen dazwischen. An jeder Stelle, ich habe jetzt hier nicht die hochwertigsten Kabel genommen in dieser Skizze, sondern eben unsere Einstiegskabel, denn die sind ein deutliches Upgrade auch schon, wenn sie ein schwarzes Kabel, also das Beipackkabel vorher benutzt haben. Und die sternförmige Masseverteilung, deswegen habe ich auch dieses Bild nochmal gewählt. Der Genesis One hat eben einen Systemlink-Ausgang. Dieser Systemlink ist parallel zum Eingang. Das heißt, der ist nicht gefiltert oder regeneriert. Und aus diesem Ausgang heraus kann man dann verteilen, wieder in eine Polaris-Filterleiste zum Beispiel. Hier ist ein zentrales Filternetzwerk eingebaut. Das heißt, Strom kommt rein, hier ist ein Filter. Jedes Gerät wird einzeln gefiltert, was angeschlossen ist. So können die sich nicht untereinander stören. Und dann wieder mit einem vernünftigeren Kabel, ich habe jetzt hier einfach mal vereinfacht, ein Initiumkabel genommen, schließt man dann die restlichen Geräte der Anlage an. Das wäre auch ein ganz wichtiger Hinweis, wenn es auf Kabel drauf ankommt, um Kabel geht, benutzen Sie bitte nur eine Steckdose an Ihrer Wand, danach die Verteilung und alle Geräte eben dort zusammenführen. und nicht das Ganze auf mehrere Dosen zu verteilen. Das war schon mal ein Beitrag zu den Kabeln. Sollten Sie weitere Fragen haben, dann senden Sie uns einfach eine E-Mail an support.isotexsystems.com oder schreiben Sie etwas im Chat. Ich sehe im Moment keinen Beitrag hier bei mir auf dem Zusatzgerät, was ich hier stehen habe. Hier abgebildet ist mit dem Keith Martin, der sich eben auch stellvertretend bedankt für Ihre Zeit. Ich habe noch ein allerletztes Video, wenn jetzt hier keine weitere Frage erscheint. Steint nicht. Ich glaube, das schalten wir noch mal ganz kurz um, können das noch mal ganz kurz reinzoomen hier. Ich denke, ich bin im Moment gerade nur zu sehen. Das ist ein kurzes Video, was Ihnen zeigt, wie Sie eben mit Strom letztendlich umgehen sollten. Ein vielleicht einfacher Weg, um das zu verstehen, wenn Strom Wasser wäre, käme dies aus Ihrem Haar. Reinigen Sie ihn. Und das soll auch das Schlusswort sein. Benutzen Sie einen Filter, am liebsten unsere, einen Stromkabel, am liebsten unsere, um Ihren Plattenspieler einfach besser in der Wiedergabe zu haben und auch den Verstärker abzugraden. Vielen lieben Dank. Und vielleicht hören wir uns um 14 Uhr, wenn ich noch mal speziell auf elektrische Geräte im Hinblick auf Ihre HiFi-Anlage eingehe. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank.